Hallöchen, da sind wir wieder. Hier ist der Björn von MSNBD und wir sind eben gerade in den Abgrund gestürzt und waren eigentlich schon relativ weit und haben es dann vermasselt. Und wenn ich sage wir, meine ich natürlich euch. Guck mal, der hat auch schon keinen Bock mehr, der Große. Jetzt ist nur noch er hier da. Ah, Saman. Na, das war aber gut. So, das kannst du mal öfter machen. So, hier muss ich jetzt hin und vielleicht sollten wir jetzt mal nicht irgendwo gegenrennen. Äh, runterfallen. Gegenrennen können wir natürlich noch ein paar Mal, aber runterfallen wäre nicht so ganz optimal. Muss ich mich hier auch noch konzentrieren, dass ich jetzt nicht nochmal runterfalle. Verlorenes gut zurückerlangt. Ich gehe mal hier. Ach, der sieht mich. Und wenn mich der eine sieht, dann sieht mich der andere auch, ne? Ne, doch nicht. So, das sah gut aus. Ah, der kann sich umdrehen. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Die machen mir immer noch die meisten Schwierigkeiten. Und können uns jetzt hier mal den hier zuwenden. So, oh, Gegenstand. Wieder ein Augapfel. Ein Eukleinäpfelchen. So. 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 Ausweichen scheint also der bessere Teil der Tapferkeit zu sein. Auf jeden Fall in dem Falle. Und du hast auch nochmal einen Augapfel. Das ist ja schön. Tadadadada. Tadadadada. Da gehen wir jetzt mal wieder ein bisschen zurück. Vielleicht ist er ja irgendwann nicht mehr aggro auf uns. Sondern geht nach Hause. Oh, Mist. Jetzt hat er den verloren in dem Moment. Das ist doch Pipi. Ah, Mist. Nein. Jetzt habe ich ihn fast gehabt. Ah, Mist. Aha. Oh. Wie Robin Hood. Oh Gott. Einfach mal so aus einem Meter Entfernung mit einem Pfeil abgeschossen. Ich weiß gar nicht, geht das? Ich meine, man sieht das immer wieder in Filmen, aber ob das wirklich so funktioniert, ich weiß ja nicht. So, erstmal wird hier nochmal geschnubbelt. Wahrscheinlich ist dahinter jetzt ein Endgegner. Also nicht ein Endgegner, aber ich nenne die immer Endgegner. So ein Bossgegner. Wäre natürlich fies, weil dann gehen wir jetzt hier gerade mit 10.000 Seelen rein und... ...das wäre natürlich ein bisschen unorthodox. Und es ist ein Endgegner. Oh, was? Öh, können Sie das bitte unterlassen? Nein! Was? Okay. Ja, da gehe ich nie wieder hin. Was war das denn, bitteschön? Ja, da komme ich ja auch nicht mehr hin. Nicht mal, um meine Seelen einzusammeln. Deswegen... ...das Heiligengrab. Harwalds Rastplatz und Grabeingang. Ach, das war das, wo die ganzen Ratten waren, ne? Rein theoretisch, ich hätte das ja fast geschafft. Wir probieren das mal aus. Mit feuergetränkte Pfeile. So, aber erst mal hier draußen nach dem Rechten gucken. Hier ist nix. Dann gehen wir doch mal rein. Nein, ah, Mist. Ah, ich muss aufpassen. Okay, es geht. Voran. Nein, ach, ich habe nicht auf die Dings geachtet. Ich habe nicht auf die Energie geachtet. Ich habe nur unten auf Versteinerung geachtet. Ah, das kann doch nicht sein. Gleich nochmal. Ja, siehste, selbst im Blackscreen kriege ich noch eine Info. Ach, übrigens, du bist gestorben. Ach, du, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ouh. Ah, Mist. Nein, 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 nein. Nein, ah, Mist. correr. Ouh, 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 Ouh. Nein, Mist. ich muss mich hier mal in sicherheit bringen ja laufen sie weg rattenschwanz und königliche ratten vorhutseele das war gefühlt mehr als knapp da ist eine ratte greift sie nicht an sprechen ok den eid des rattenkönigs nein ja natürlich das wollen wir natürlich immer noch nicht ich dachte wir kriegen hier noch mehr informationen aber steht hier insekt voraus ja das ist ein insekt ähm ein pharos wahrheitsverkünder ok wie mache ich das am besten so so mache ich das am besten das war ja reichlich dumm naja dann beenden wir die folge mal an diesem punkt und dann machen wir gleich da weiter wo wir eben aufgehört haben bis gleich ciao ja so